Trifft einen seinen Freunden nach einer langer Zeit. Da sagt er, wie geht's? Ja, verheirat drei Kinder. Und du? Sag ich, ich bin nur ledig. Warum? Hast du keine Frau gefunden? Ja, sagt er. Drei Mädel hab ich schon gehabt. Hab ich alle mit heimgebracht. Aber der Mutter hat keine Pasta. Jeder hat schon im Gesicht was zum Aussetzen gehabt. Und jede hat sich wieder rausgeschmissen. Sag er, hatt ich halt mal eine mit heimgebracht, weil die war ausgeschaut wie die Mutter. Sag ich, das hab ich auch gemacht. Die hat da der Vater rausgeschmissen.